Wir haben hoffentlich heute Shiny, Voldy. Voldy? Aber kein Shiny. Herr, wer? Ich hab keinen Smash. Ja, moin. Keinen Smash, einfach. Let's go. Mario Kart kann man echt immer zocken, ne? Ich bin nicht frech. Doch, Digga. Irgendwie. So, und wir gucken, dass wir jetzt endlich dieses Shiny bekommen, Alter. Ich kann es echt nicht mehr sehen, ne? Aber leider kein Shiny. Let's go. Eine Ewigkeit später. Alter, 52k. Wo hat das ganze Geld her, Alter? Ihr Rüben-Aktiendealer, Alter. Oh mein Gott! Square! Square, Digga! Square! Fabio! Fabio! Verlosen, verlosen. So, ich mach jetzt keinen Fehler, Digga. That's what we like. Das war so unerwartet. Ey, ich danke euch allen, Digga. Holy mo- Sei dir gegönnt. GZ freut mich für dich. Ne, 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 ne. Für mich ist das ja nicht, Digga. Wenn ich sage, ich fange ein Shiny-Pokémon und verlos das on-stream, dann mach ich das auch, Digga. Deswegen wird das Shiny jetzt verlost. Das Shiny wird jetzt verlost. Hype in den Chat, Digga. Ich kacke ab, Alter. Wir gucken es uns an. So. Da haben wir's. Das ist das Shiny-Voldi, was wir haben wollten. Waren das jetzt alle? Waren das jetzt alle? Ja, ne? Okay, Merck wollte nicht mitmachen. Das waren alle. Ich zähle bis 5, weil 5 meine Lieblingszahl ist. 1, 2, 3, 4, 5. Der Gewinner ist Arne auf Ehre. No joke. Ich hab keinen Scheiß gemacht. Arne, du hast gewonnen. Warte mal, Leute, ich frage euch jetzt mal. Arne hat jetzt eigentlich das Recht zu sagen, Dennis, du behältst das. Aber wenn Arne sagt, Dennis, du kannst aber auch, wenn du Bock hast, irgendeinem das random geben, wo du meinst, der... Ja, ich weiß halt nicht. Das wäre dann auch... Keine Ahnung, ob die anderen dann auch mit sowas einverstehen. Musst du entscheiden. Ganz ehrlich, Digga. Behalt, behalt. Arne sagt, er soll es behalten, weißt du? Was sagt denn Merck? Merck, was sagst du dazu, Digga? Deine Meinung ist mir echt auch sehr, sehr wichtig, Digga. Wir haben es gefangen. Also nochmal hier zu gucken. Mach random. Wir haben einfach Shiny Woldi gefangen. Hm. Ja. Ja, keine Ahnung, Merck. Ich gebe dir eins, was du verlosen kannst. Alter. Ich habe einfach einen Shiny Woldi gefangen. Weißt du was, Leute? Ohne Spaß. Soll ich ehrlich sein? Wisst ihr, wem ich das jetzt gerne geben will? Wer wirklich auch... Wo ich denke echt... Die ist echt... Die benimmt sich echt so krass im Chat und alles. Kannst du auch noch nachverlosen. Ich will halt echt so... Euch ein bisschen so... Für euren krassen Support sowas zurückgeben, weißt du? Mach scherisch dein Papier. Ich sag... Ich sag frei raus, wie es ist. Was haltet ihr davon? Ja, ich gebe es Eevee. Ich will es Eevee geben. Wäre es nicht cool, wenn die dann halt zum Start von Pokémon Schwert und Schild mit einem Shiny Pokémon durch die Häuser zieht. Und dann die Stowie mit einem Shiny Pokémon beendet. Guck. Dann geht sie in den Kampf rein, weißt du? Und dann... Zack. Voldy. Square. Wäre das nicht cool? Oder? Ich kann dir ein anderes Shiny geben, auf jeden Fall. Guck mal. Das Ding ist, Eevee hat noch nicht mit dem Spiel angefangen. Und es wäre doch cool, wenn die das Spiel anfingen und hätte direkt ein Shiny Pokémon. Ein Square Shiny, ne? Ein Square Shiny. Also Eevee, was sagst du dazu? Doch, wir machen das jetzt so. Eevee? Ich behalte das Pokémon. Wenn du Schwert und Schild hast, sagst du mir im Stream Bescheid und wir tauschen dann direkt, ja? clasen die Vranche und schilder. 2